Hallo und herzlich willkommen bei Creativerse, dem Spiel für die ganzen Familie, wo irgendwie ganz komische Viecher jetzt rumlaufen. Wir haben hier ein unsichtbares Viech grad drin, das uns verprügelt. Ja, ich kann nicht sagen, was ist ein Geist. Also ich hab grad eben Pilze gefressen. Der Geist. Also das heißt nicht, dass ich jetzt durch die Pilze irgendwelche unsichtbaren Tiere sehe. Ja, ja, wer weiß. Aber irgendwas hat mich grad unten gehittet. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder? Ich find die Terrasse übrigens auch geil hier, muss ich mal sagen. Ich find's hier supergeil, also wirklich... Das ist voll die Hit-Wohnung, Alter. Nice. Könnte ich mir auch vorstellen, real life. So ein Berg, so ein Architektur-Wunder. Alter, schon wieder! Hä? Da unten ohne Scheiß uns hittet irgendwas. Ich kann aber nicht sagen... Boah, Vorsicht, ich bin hier. Ist das irgendwas draußen? Das ist irgendein unsichtbares Monster wahrscheinlich. Wahrscheinlich keine Textur geladen wurde oder so. Aber... Alter! Hä? Kann doch nicht sein. Wir haben irgendwie eine verfluchte Hütte. Wir haben verfluchte... Au, mich auch schon wieder! Hä? Was zum Teufel? Wo stehst du denn? Aufm Zaun. Ist dein Hut ausgezogen keine Brustpanzerung mehr an oder ist die kaputt? Äh... Nicht, dass die kaputt... Oh, die sind kaputt, glaub ich. Mhm. Oh ja, die sind kaputt. Da brauch ich mal was Neues. Oh, gut zu wissen, dass wir das mal... Hier hämmert doch auch wer! Hör mal! Du fliegst halt in Luft. Hör mal! Komm mal rein und hör mal! Hier ist... Ja... Da warst du in der Wand gefangen oder so? Ich hab was getroffen. Mich hat noch was getroffen. Alter! Der Geist! Wo zur Hölle? Aua! Alter, der macht mega Schaden! Das ist bestimmt in der Etage da drunter. In dem Loch, was wir haben. Das kann sein, das kann sein. Und das schlägt uns irgendwie durch die Wand. Machen wir's auf. Okay, wo bist du? Okay, ich hab die Schwerten... Ja, 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 ja! Da haben wir den... Boah, da ist er! Alter, der ist dick! Aua! Oh, Entschuldigung. Ne, das war er. Das war er. Mysteriöser... Hör das Ding auf, Alter, einfach. Scheiß drauf, wir setzen hier wieder hin. Wir müssen da runter und in den Slashen. Okay. Jetzt haben wir nicht so viel Platz. Egal, ich... Ich... Ich regel das, ich regel das. Und auf, komm! Vorsicht! Okay, mach mal fertig, komm! Der ist... Der ist fertig. Der hat nix mehr zu lachen. Ich hab das geilste. Ich hab's mir erst durch geschnappt. Echt? Willst du wissen, was es war? Ja, hab ich doch gesehen. Rockstar Rock takes us to remember the time we shared. Rockstar. Steht da einfach nur so ein... Geil, Rockstar! Geil! Ja, ich kann das gleich mal gern. Ich leg's einfach in die Kiste. Und sonst war's, glaub ich, nur ein Stripe oder so. Ja, das hat's ja gelohnt. Ja, weil... Ah, diese ominöse Kreatur. Der ominöse Kreatur. Aber wie ist denn der da reingespawnt, Alter? Das heißt, wir müssen das hier durch... Wir müssen das hier zumachen. Oder wir machen da eh noch ne Bude rein. Oder, ja, oder genau. Aber ich mach das erst mal zu. Oder? Wie ist denn das? Nur mal so... Genau, genau. Testweise. Ich mach das jetzt erst mal zu, einfach. Oh, apropos. Wie ist denn das? Ich hab jetzt hier Stein. Den können wir nachher eh zum Bauen nehmen. Jawohl. Ah! Jetzt, wenn das Ding da nochmal drin spawnt, ey. Also jetzt nicht alles dicht, aber fast. Okay, Leitern hab ich noch... Ja, das könnte genau hinhauen. Äh, Alter, was mach ich denn? Besser umgehen. Blöden... Ja, dachte ich mir mal so. Weil wenn wir hier eh schon so opulent bauen... Okay, das stimmt. Da ist was dran. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch... Okay, man kann... Man kommt von der Leiter auf jeden Fall gut runter. Das geht. Der Weg im Vordergarten ist echt schön geworden. Da. Ah, mein Inventar ist schon wieder voll. Du weißt was in die Kiste. Ich hab ja extra noch ne neue gesetzt. Gold und die ganzen Diamanten, die ich gefunden... Wow, von der Treppe kommt man echt gut runter. Ja. Wie du da wieder rumzappelst, ey. Das ist ne Bob-Treppe. Okay, mit Leertaste kann man da runter springen. Das geht. So, ich wollte sie nochmal testen. Höre die Menschen. Hier müssen wir auch noch das Glas hinsetzen. Ist das da schon fertig? Das muss noch nicht fertig sein. Ja, das Glas hab ich schon am Start der Rhino. Ich wollte jetzt halt nur noch eben schnell die... Also, du hast es gelootet, ne? Mit Glas? Ja. Ja, ja, klar. Das kannst du mal hier hinsetzen, bevor gleich die Viecher kommen. Weil hier ist wieder alles offen. Hier ist alles offen. Hier einfach so, guck mal hier. Wir machen's mit Glas. Hier unten hin. Hier ist alles offen. Da kennst du direkt die Fronten. Wir kommen in die Charts. Wir machen den Song über Glas. Der wird voll super geil. Und der Song in den Charts geht so steil. Wir machen's mit Glas. Yeah, yeah. K-Glas repariert. Die kannst du auf jeden Fall damit kriegen, so. Ich setz dir jetzt so'n Block hin, Alter. Warte. Nee, hab schon. Cool. Man muss nur manchmal so'n bisschen komisch... Boah, das ist ne hammergeile Fensterfront so. Uah, Alter. Hier ruckelt's gerade. Das ist echt doof, wenn man gerade hier am Abkommen geht. Boah, drück C am Essen. Gute Idee. Gute Idee. Ich drück gern C. Warte mal, hier müssen wir noch was reparieren. Das stimmt nicht, so wie es ist. Möchtest gerne da oben noch was... Ja. Warte, ich saug die einfach ein. Ich mach das. Zaraza saugt sie ein. Zap. Ja, das ist aber... Ah, weißt du was ich bekommen hat? Coral. Glaub ich auch. Nice. Was können wir denn mit den Corals machen? Müssen wir nachher mal checken. Dinge. So. Ist jetzt alles voll mit Glas. Ne, da fehlt doch noch was, Alter. Ja, ja, ja. Ich lass mich da bitte gerade mal... Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Wo ist denn... Ne, aber ich hab ja hier noch. Äh... So. Da ist schon was. Da kann man mal vor die Tür rennen. Guck mal, dreh dich mal um. Ja, ist geil. Aber man sieht erst den Ausgang ganz kurz nicht, ne? Aber ist Hammer. Ja, ohne Scheiße. Aber kann man machen, ne? Ja, supergeil. Ich würde hier halt auch die Wände mit dem anderen Stein Zeug machen. Damit das nicht wüster ist. Damit das symmetrisch ist. Oder? Ja, haste recht. Wenn wir hier nicht... Bei... Wird ich fast... Oder wir machen das hier auch noch hin. Aber sonst... Obwohl das sind zwei Blöcke da aber auch. Ein, zwei? Ein, zwei. Ja, ja. Verbreitet auf beiden Seiten noch einmal. Sollen wir? Weil ich hier den Boden... Drinnen würde ich den Boden gerne noch anders machen. Äh, nicht den Boden. Die Wände gerne noch anders machen. Hey, wir kriegen Besuch. Ich hör das doch bis hier. Öh, der ist reingekommen. Durch diese kleine Lücke, die du gelassen hast. Alter, wie heftig. Was haben wir denn für eine heftige KI? Ich würde da gerne runter gehen, aber ich kann... Ich kann hier nicht runter. Achso, weil ich crouche. Warte mal, hier fehlt ein Glas-Lot. Hier muss noch irgendwie ein Glas rein. Ein Glas fehlt hier noch, Alter. Warte, warte. Da ist der gerade reingekommen. Hä? Ähm, was ist das denn hier gefährliches? Ich hab das nicht. Warte, äh, Scheiße. Wenn ich jetzt die Tür dahin setze, das muss unbedingt rein, das Glas. Sonst wären wir nicht safe. Wo ist denn hier ein Glas-Lot? Hier, hier. Auf der anderen Seite. Hier. Der fehlt. Ah. Der in der Mitte. Da ist der gerade reingeglitscht, Alter. Das sah so freaky aus, wie der sich da durchgepresst hat. Schnell, jetzt sind die kommen. Ich hör die schon. Sehr gut. Jetzt sind wir safe. Guck mal. Wie der da über den Glas-Lot will. Siehst du das? Jetzt kommt er nicht rein. Ach, da. Ja, der ist der gerade eben hier durchgeglitscht. Der Pisser. Wetten, der kommt trotzdem rein? Nein, ich weiß es genau. Nee, der kommt nicht rein. Wie das Schwein vorhin durch die Tür kam, als es angegriffen hat. Der kommt nicht hier rein. Ich bin nicht so sicher. Man sieht aber, dass es nicht ganz genau ist. Da müssen wir nochmal gucken. Wir müssen dann auch... Es gibt ja keine Pfeiltüren, ne? Alles Türen? Wenn wir jetzt die Dachterrasse machen. Oh Gott, jetzt kann man ja kaum noch hier abbiegen. Ich habe gerade Stühle gemacht. Ah! Ja, Stühle sind vielleicht nicht so klobig da, ne? Ja. Ja, ja. Sorry. Ja, ich habe genau einen Stuhl gemacht. Ach, Woodwindow, Alter! Ja, ja. Genau, genau. Okay, die Stühle sehen hier auch scheiße aus. Das sieht einfach aus, als würde da eine Oma stricken. Ja, aber mit einer Table? Ja, ich vielleicht... Ja, ein Table hätte ich noch. Setz mal ein. Table habe ich noch auf Lager. Ach, das geht aber voll. Nur wenn du nahe dran stehst... Ja, das geht. Na gut, dann machen wir hier noch einen zweiten. Ja, aber da brauche ich noch ein bisschen Gnali-Schmali-Scheiße. Ich gehe mal gerade hier gucken. Was brauchen wir noch mal für einen Fens? Boah, Alter, lass ich einfach... Hier können wir noch ein paar Woodslaps machen. Weiter. Dass ich so gar keinen Platz im Inventar habe, ist echt... Ich mache mal gerade ein paar Woodslaps hier in der einen. Die sollen ja laufen auf Hochtouren eigentlich. So, was brauchen wir hier für Zäune? Ah, Woodrods brauchen wir noch. Okay. Ja, okay, du machst so... Die brauchen wir jetzt sehen mit der anderen. Ja. Ich produziere gerade alles, was wir brauchen. Dann können wir die Zäune machen unten und oben. Für die Balkone und sowas alles, weißt du? Oh, keiner runterfällt. Ist eigentlich Nacht? Ne, ist... Ja, fast, ne? Alter, das ist super. Das wird eine hammergeile Rücke. Wird auf jeden Fall sehr spät zu sein. Boah, ich glaube in der nächsten Folge... Müssen wir mal wieder auf Entdeckung gehen. Na, wen haben wir denn da? Wie ist der drin? Na, Schweini? Ne, 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 ne. Ach, zwei Schweine gleich. Na, das ist ja nett. Zwei Schweine, zwei Beutel. Dankeschön, Jungs. Na, das lohnt sich doch. Haha. Ich glaube, ich glaube, die Folgen... Ich glaube, die Folgen einem, wenn sie erstmal die Aggro auf dich haben, dann kommen die dir einfach mega hinterher. So, ich kann hier schon mal Zäune nehmen, da muss ich jetzt nicht so lange warten. Ein paar Betten können wir uns auch nach oben bauen nachher. Oder pennen wir unten. Aber das ist mir Wurst. Oben ist eigentlich schön, ne? Mit der Nachtterrasse und so. Sieht besser aus. So? Fehlt sowas wie ein Bücherregal, aber es kann sein, dass es auch noch alles kommt. Ah! Guten Tag. Hast du wieder Besuch? Ja, einer voll weg vor der Tür. Die muss ich erstmal wegschnaxeln. Mach's gut, mein Lieber. Also, die sind echt keine Bedrohung mehr. Wenn man dann auch noch nicht vergisst zu essen. Obwohl ich immer noch nur noch 49 Pilze hab, ne? Nur noch. Ja, ja, mittlerweile sind wir jetzt auch ein bisschen gesettlter als am Anfang, wo man mit fünf... Ja, ein paar Pilze hab ich auch noch. So, wie sieht's denn aus mit Gnali Schmali? Oh, wir machen aber wieder... Ich weiß gar nicht, ob wir hier den Zaun brauchen und so weit. Ich glaub nicht. Wir machen wieder ein paar Wood Slaps gerade und, äh... Ach, du hast ja schon Gnali Wood gemacht, ne? Gerade. Herr Kollege, Sie haben da Gnali Wood? Mhm. Komm, das mach ich hier weg. Gut zu wissen, dass es die Gnali Duna gibt. Ich mach hier mal ne Doppeltreppe hin, oder? Ja. Ich weiß nicht. Boah, ich hab voll Angst, die Leiter darunter zu klettern, Alter. Ist übelst gefährlich. Hier, wo ich grad bin. Achso, die Leiter. Ja. Man gewöhnt sich dran, man gewöhnt sich dran. Wir sollten trotzdem mit dem Teleport arbeiten. Glaube ich, oder? Dass wir da unten noch einen Teleporter hängen. Weil das ist ja egal. Das geht natürlich auch. Du hast du deinen Teleporter eigentlich schon gesetzt hier irgendwo? Nee, hier nicht. Dann solltest du das schnell nachholen. Ja? Ja, weil wenn ich jetzt meinen Teleporter falsch setze, wenn wir irgendwie unterwegs sind, dann sind wir beide im Arsch. Ups. Das stimmt. Und ich will diese Verantwortung nicht mehr übernehmen. Ey, Mann, ich will die Tür zu machen. Kriegst du die Tür nicht zu? Ja. Und sie setzt immer wieder diesen beschissenen Zaun. Ich krieg... Ah. Na, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt aber mal die Herrschaften. So. Hast du die ganze Zeit Schweine zu Besuch, oder? Ja, die ganze Zeit. Ich will die Tür eigentlich nur schließen, aber kennst das ja, ne? Wenn du dann einen Zaun setzt, oder so. Das kenn ich. Statt die Tür zu schließen. So, kann ich die von außen gut schließen? Ja, kann ich. Ist aber von innen hat die irgendwie Mätzchen. Ah, gut. Siehste? Ich klicke genau auf die Tür, aber der setzt dieses blöde... Aha. Du musst gucken, dass die Tür erhellt ist, wirklich. Okay. Sie erhellt ist. Ach so, dass sie erhellt ist, aha. Ja. Ja. Hier in unserer kleinen Kommune. Ich mein, wir können da auch noch ganz oben ne Etage bauen. Also theoretisch ja, die Leiter geht natürlich, äh... Vielleicht so ein Glaspalast, dann ist das das Schlafzimmer. Find ich eigentlich am coolsten. Du willst also in die Sterne schauen, während du schläfst? Was ich übrigens sehr cool finde. Ist doch super. Ja. Vor allem mit Glasdach, was man so abdunkeln könnte. Das wäre ja voll der Obel's übelst. Boah, Hammer. Das ist so ne Glaskuppel. Ja. Die so aufgeht. Im Sommer. Überhaupt nicht übertrieben. Voll geil. Und die Kuppel oben, wo das Schlafzimmer drin ist, die dreht sich wie so ne Sternenwarte. Weißt du? Ja, das ist das Ding, ey. Ja, deswegen hab ich mit YouTube angefangen, weil ich das haben wollte. Das war der Grund. Ist okay, Richard Garriott. Ja, der hat sowas wahrscheinlich, glaub ich auch. Ja, auf jeden Fall. Der hat da so ein Observatorium und so ein Zeugs in seiner Hütte. Der hat doch das Schloss mit den Geheimgängen. Das find ich immer noch geil. Muss ich zugeben. Wie heißt das? British Manor oder so? Irgendwie sowas. Ja, genau, genau. Find ich immer noch geil. Muss ich zugeben. Hammer. Ich mein, wenn du die Kohle hast und das machen willst, dann mach's doch. Also der Typ ist ja auch ins All geflogen. Ist jetzt nicht der Sparfuchs. Unbedingt. Cool. Würde ich auch machen, wenn ich's könnte. Ja, weiß ich nicht. Ich bin gar nicht so heiß darauf ins All zu fliegen. Es gibt ja auch diese, hast du das mal mitbekommen? Kannst hier mal eine Leiter hochbauen, Alter. Dann würde ich mich mal um die ganz obere Etage kümmern. Man kann Teleporter bauen. Die kosten sechs Obsidian Slabs, einen Magnetide, da hab ich schon einen, und acht Stone Rocks. Ach, und dann kann man wahrscheinlich verschiedene setzen. Oh mein Gott. Warum ist hier eigentlich so ein Ding? So ein Eisenteil? Oh, und Gaslampen. Alter, was ist denn los? Sag mal, warum ist denn das hier? Rote Lampen, gelbe Lampen, was denn? Guck mal gerade. Hier das. Blaue Lampen. Hm? Was? Da ist irgendein Fehler an der Optik, oder? Was denn das? Was hier über mir ist. Du bist... Achso, du bist unten. Ja, ne, hier. Warte, bist du unten drin? Alter, jetzt... Die Leitern sind echt noch ein bisschen... Ja, lass die anders setzen. Lass die hier neben setzen, nach unten oder so. Ne, das sieht scheiße aus. Wir kriegen das schon hin. Weil sonst haben wir noch irgendwo so eine hässliche Leiter, weißt du? Hier, das hier. Was ist das? Das da oben drin ist eine Lampe. Ich hab die einfach in die Ecken gesetzt. Ah, okay. Deswegen leuchtet es in den Ecken. Ah, okay. Weil das sieht so komisch aus auf den ersten Blick, weißt du? Sieht nicht nach einer Lampe aus, aber ist okay. Kann ich mit leben. So, jetzt müsstest du mal einmal mir einen Gefallen tun. Du hast doch noch die Leitern. Die hast du in deinem Inventar und ich komm nicht hoch hier. Aber was ist denn ein... Da ganz oben? Ja, ganz oben. Alter, geil. Ich kann einen White Beacon craften. Das ist so ein Lichtstrahl, der in den Himmel geht. Boah, den brauchen wir ganz oben auf der Spitze. Geil, den will ich auch craften. Ja, Mann. Geil. Ich guck erstmal ganz kurz, wo ich den hier draußen hinsetzen kann. Alter, was wir alles craften können jetzt. Das ist ein Traum. Wo kann ich denn hier mal hinsetzen, damit es auch richtig episch aussieht? Natürlich eigentlich auf die Spitze, aber sollen wir noch keine Spitze haben? Boah, ich kann auch einen Stone Chest machen. Fehlen mir nur fast alle Sachen für. Melted Dags brauchen wir dafür. Alter. Oh. Schweine durch. Kannst du mir mal eben die Leitern geben oder irgendwie die in die Kiste tun? Ich hab leider keine mehr. Ich hab genau alle fertig gemacht. Äh, genau alle abgezählt. Schau ich mal, was wir dafür brauchen, um die zu bauen. Huch. Wood Ladder. Oh, Wood Rods brauchen wir dafür. Die tue ich doch mal in den Prozessor. Okay. Äh, nee. Stell den Beacon erstmal hier draußen hin, ne? So. Ich mach mal ewig viele Wood Rods. Guck mal. Guck mal. Haben wir die nicht nur eine Kiste hier gehabt? So ewig viele. Warte, ich komme sofort. Also der sieht jetzt nicht mega ultra aus, aber das ist schon cool. Ist schon krass, was wir alles haben. Wo denn? Vor allem hier. Äh. Bist du nicht? Ich würd den an die Spitze stellen. Wo bist du denn? Ich bin genau... Ah, da. Cool. Ja, Hammer. Ich würd den aber nachher auf die Terrasse stellen. Ja, ja klar. Ich hab den jetzt erstmal nur hier hingestellt. Genau. Super. Falls du den Teleporter vergeigst. Ja, ich setz den Teleporter jetzt. Ja, setz mal deinen gerade mal schnell. Ja. Kannst du direkt hier neben an die andere Leiter setzen. Sind die safe. Dann haben wir die Teleporter an die Leiter. Sieht sogar ganz cool aus, wenn der da auch an der Leiter hier so ist. So, Vorsicht. Ne? Bumpf. Ja. Sieht doch super aus. Cool. Passt sogar irgendwie optisch ganz cool. So. Und dann hau ich mir den gleich da unten mal raus. Die Schweine wollen wieder rein. Ich find das doof, dass die einen durch die Steine sehen. Das dürfte eigentlich nicht sein. Die Monster sehen einen hier immer durch die Steine. Ja. Ist aber okay. Ja, ja. Aber das ist halt blöd. Wenn die dann angreifenden nicht so lange versuchen bis die ja durchglitschen können. Weil die glitschen nicht mehr durch. Weil unsere Feste ist so hammerhart. Außer das Loch hier oben. Ich brauch schnell den Weg hier oben. Petra. Hä? Was denn? Ich brauch schnell den Weg hier nach oben. Was denn? Nach ganz oben? Mhm. Hast du Leitern gecraftet? Anni, du hast grad diese Rods gecraftet, ne? Ich guck mal ganz kurz, dass ich die Leitern basteln kann. Hey, ich kann auch Stoneleaders basteln. Ja, die Rods kann ich jetzt rausholen. Hast du die schon rausgeholt? Hab schon, hab schon, hab schon. Super. Ähm, die brauchen wir unbedingt, um die, genau. Leitern zu craften. Ah, du hast da so viele gemacht? Ja, die haben wir mal alle schon vergeigt. Ich hab doch die Riesenleiter draußen gemacht. Ach ja, klar. Okay, jetzt sind sie alle fertig. Lassen wir da auch mal ein paar. Ja, pass auf. Ich hab so, ich tu sie hier in die Kiste gerade. Aber wir brauchen die eh nur noch, die nach oben. Guck mal in die Kiste, da hast du genug. Optimal. Ja. Optimal. Geschmacksneutral. Ich tu mal den Rockstarrock hier rein. Oh, wir brauchen eine neue Kiste. Wir brauchen echt eine neue Kiste. Hallo? Ah, okay. Wenn man die Leitern hat, kann man noch was Neues bauen, oder was? Hä? Wo ist der? Oh, hier ist der Stuhl. Der ist hier drin. Ah ja, genau. Den hab ich vergessen mitzunehmen. Ich wundere mich grad, wo der im Inventar ist. So, hä? No gaming auf einem neuen Level. Ja, naja. Ist ja schon spät. Ach ja, ey. Wir zocken jetzt auch schon wieder ans hier ein. So, jetzt haben wir hier eine kleine Ess-Ecke. Äsäcke, wie ich das gerne nenne. Äsäcke. Ich glaub das klappt tatsächlich. Alter Schwede, jetzt hab ich hier ein Problem. Oh Gott. Nein. Frage mich. Manchmal ist es ein bisschen kompliziert, ne? Ja. Oh, ist es zu dunkel? Hast du noch ein paar Laternen über? Äh, ne leider nicht. Hab ich alle gebaut. Hm. Ah, das geht nicht. Stoneslabs kann man leider nur an die untere Front setzen. Nicht an die obere. Schade. Schade, dass man sich wirklich nicht knien kann, ne? Ist nicht ein bisschen blöd. Mhm. Manchmal würde ich das gerne so allein, um mir was anzugucken machen. Oh, das ist vielleicht nicht so gut da. Ach, das ist der Teleporter eh. Wie soll ich denn jetzt? Ja gut, dann muss ich, muss ich mir ein Gerüst hier irgendwie bauen. Sonst komm ich da gar nicht ran und kann da keinen Stein entsetzen. Okay. Gehen wir einfach auf Stein. Shit. Ja, das ist ein bisschen komplex teilweise. Mhm. Also wenn man jetzt hier so hier bauen so will, dann muss man sich natürlich auch ein bisschen darauf konzentrieren. Aber keine Sorge, wir gehen auch noch wieder auf Reisen. Ja, wir müssen vor allem auch dann bald mal in eine Höhle gehen und so, weißt du? Wegen Rohstoffen. Oh nein. Ja. Ich werde das vielleicht nicht überleben. Oh, ich habe es überlebt. Gut. Achso, das da. Ich dachte, die Höhle mit den Rohstoffen. Ja, die werde ich sowieso nicht überleben. Kennst du mich doch? Nee, das ist mir schon klar. Da ist mir schon klar. Aber diesmal, jetzt bin ich ja schon deutlich weiter als vorher. Muss man halt auch mal sagen. Oh, Bedrock Wall. Geil. Das größte Problem ist echt, dass du nicht siehst. Ich bin es mittlerweile so gewöhnt, dass man sieht, dass man krank ist. Oder wenig Leben hat. Zum Beispiel jetzt, ich renne auch die ganze Zeit nur mit halbem Leben hier rum, weil ich einfach nicht merke, dass ich verletzt bin. Weil ich es einfach voll nicht mehr gewöhnt bin, auf eine Lebensenergie allein zu achten, so richtig. Boah. Alter, hier können wir noch eine volle Etage locker draufsetzen. Ja, vier. Wir bauen das erste Hochhaus. Geh mal ganz kurz auf Reisen. Ein bisschen Platz habe ich ja noch, ich bin gleich wieder da. Oh Gott. Aber komm mal ganz kurz hier hoch. Das musst du mal zeigen, Alter. Ohne Scheiß. Boah, die Leiter ist geil. Die Leiter ist voller Freitag. Spaß, weil man immer das Gefühl, man segelt da gleich runter. Also, wir bauen hier noch eine Etage drauf, Alter, bevor wir die Terrasse machen. Wir haben hier noch genug Platz. Wir können die sogar in den Berg bauen, so ein bisschen. Klaro, Fittimo. Wie kriegt man denn diese scheiß Geisterpilze weg? Gar nicht. Wie viele Geisterpilze? Glowing Mushroom. Das ist doch scheiße. Ah, okay. Dafür brauchen wir wahrscheinlich den nächsten Handschuhen. Dafür brauchen wir, glaube ich, Obsidianen. Deswegen müssen wir bald in so eine Höhle gehen. Ja, ich bin... Ich habe hier schon am Fuße der Leiter... Ach geil, hier ist Bedrock. Ich hebe hier gerade so ein bisschen eine Mine aus, für Bedrock. Weil damit kann man nämlich weiße Wände machen. Ja, geil. Und die will ich haben für die mittlere Etage. Also für die zweite unter der Kuppel, weißt du? Ja, das ist die, die wir gerade dann wären. Oder wir bauen noch eine Höhe. Oh, eine Obsidian-Node. Nice. Extradiere ich gleich mal. Ja, mach das unbedingt. Ja, bin schon dabei. Sehr gut. Und hier ist noch eine... Noch eine Obsidian-Node. Und ich habe zufällig zwei von den Extraktoren dabei. Geil. Boah, läuft. Macht tatsächlich Spaß, Alter. Das macht wirklich jetzt. Das macht wirklich jetzt. Das macht mir mehr Spaß, als ich... Als ich am Anfang vermute... Ich habe so gedacht, na, das werden wir wahrscheinlich nie lange spielen und so. Das macht mehr Spaß, als ich vermutet hätte. Ja, wenn man einmal dann doch richtig reingekommen ist und nicht so einen Kack macht wie ich und du. Also du eigentlich ja weniger, aber ich... Naja, naja, komm. Aber das war ja kein Wuster. Wenn man dem Spiel eine Chance gibt, ich glaube dann... Ja, man muss schon gucken. Also klar, man muss dann halt über sowas hinwegsehen, dass der Charakter noch zappelt und so. Dann kann man das halt gut. Wenn man sich da natürlich doch festlegt... Es hängt natürlich auch davon ab, was erwartet man vom Spiel. Und ich muss sagen, es macht mir auch Spaß, weil wir einfach auch zusammen zocken so. Ja, das stimmt. Das hat auch nochmal was ganz anderes. Wenn ich das jetzt alleine gezockt hätte, hätte ich glaube ich aufgehört schon. Oh moin, mein Handschuh... Mein Handschuh hat direkt schon den Geist aufgegeben. Aber so macht es halt echt Spaß. Okay, pass auf. Hier, Bedrock und Limestone. Ich baue das jetzt erstmal mit Stein. Ja, weißt du? Zur Sicherheit. Ja. For Security reason. Obwohl, hier kann man genau so eine Terrasse machen nochmal. Hinter der Leiter einfach in den Berg reinzubauen ist irgendwie geil. Dann haben wir da direkt eine Mine. Ist irgendwie geil. Gefällt mir gut. Und da oben ist das Biegen, das Fette. Boah, ich will mir das auch anschauen, alles. Also die Höhle ist relativ unspannend, aber ich finde die Idee ganz gut, da hinter der Mine zu bauen. Leider muss ich mir schon wieder so ein Handschuhchen basteln. Drei Minuten braucht das noch, dann habe ich Obsidian. Ahlalala. Okay. Damit das alles hier symmetrisch ist. Das so ein penibler Sack wird einfach so. Lalalala. Ich laufe hier draußen mal ein bisschen rum und genieße die Natur. Ach, das ist eine geile Idee. Ich überlege, ob wir hier so einen Schacht machen. Boah, Alter. Ich habe auch eine ganz coole Idee, glaube ich. Obwohl... Hm, dann muss ich hier auch den Baum wegfetzen. Hm. Habe ich zufällig... Ah, Mist, ich habe die Treppen nicht dabei. Was habe ich denn hier? Ach, Moss Torches. Die kann ich ja eigentlich mal... Ja. Äh, was macht denn das Schwein hier drin? Ich muss mal nach oben kommen. Ist echt gut. Warte, warte. Ich muss da gerade noch Obsidian warten. Dauert echt lange. Zwei Minuten immer noch. Boah, ja, das ist... Ja, eine Zeit kannst du einfach mal besuchen kommen. Hast du wenigstens was zu zeigen? Warte. Ja, ja, ich mache hier gerade noch mal ein Schwein. Ich glaube aber in der nächsten Folge werden wir dann mal losziehen nochmal, ne? Ein bisschen in die Wildnis. Ich glaube, vielleicht machen wir dann so erste Höhle-Exkursionen. Also ich würde... Genau, ich würde tatsächlich gerne mal so Höhlen oder vielleicht auch hier mal in der Mino noch ein bisschen abbauen irgendwie. Oh, Höhlen hätte ich voll Bock drauf. Ey, ohne Scheiß. Aber es kann passieren, dass wir, äh, ne? Und so. Ja, man wird so schnell abgelenkt in diesen Spielen immer. Das ist wirklich so, ne? Man... Das können wir auch noch machen und so. Ah, ja, hier noch. So. Da ist ein Schwein... Alter, dass die Schweine einfach hier drin spawnen, ist irgendwie blöd. Es kann nicht sein, dass die da spawnen, oder? Huch. Ach, du hast dir eine Leiter gebaut. Ja, aber hab ich auch. Ganz nach oben kannst du kommen. Ich seh da keine Leiter, aber ist ganz nach oben? Doch. Bei mir ist keine. Hä? Die ist weg einfach. Ach, wahrscheinlich weil ich da abgebaut hab die... Moment. Jetzt kann ich... Ah, das ist doch Scheiße. Kann ich die nicht hier setzen, weil ich mich nicht bücken kann? Weil ich komm runter eben. Ja, ihr schöner Schweinearsch zum Schnüffeln einfach hier im Wohnzimmer. Toll. Hat sich schön auf den Stuhl gesetzt, dass du ein Schwein. Ach komm, das ist unser gemütliches Haustier. Unglaublich. Kann ich denn den Zurore bauen? Stone Slap, Stone Slap. Ja, du musst doch einmal dann hier gerade... So, jetzt kommst du hoch. Warte. Alter, Limestone Wall sieht da geil aus. Richtig weiß. Ja, das können wir nachher geil ausbauen. Vielleicht können wir dann sogar alles ausbauen mit Limestone Wall. Ich baue jetzt erstmal den Grundriss hier noch mit Stein. Nein. Eine Sekunde. Oh, mein Inventory ist schon wieder voll. Äh. Ja, bei mir auch ständig. Ja, bei mir auch ständig. Alter, diese Leiter, wenn man da irgendwo in der Zwischenetage... Alter. Ja, das müssen wir ändern. Ist echt blöd. Vielleicht machen wir doch irgendwie ne Treppe oder so. Ach Mist. Vielleicht machen wir das aus in so ein Treppenhaus. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mal ganz kurz runterkommen? Ich kann auch hier nen Teleporter hinsetzen. Wenn du willst. Du hast ja da einen gesetzt. Soll ich nen Teleporter hinsetzen? Ne, ne, ne. Nur einmal eine Etage runterkommen. Ich brauche den wegen einem Handschuh. Ich will dich ausnutzen. Oh, ich brauche ein neues Stein schwärzig gerade. Okay. Kannst du mir mal grad irgendwie... Wie viel habe ich denn? Oh, ich hab 32. Geil. Kannst du mir mal irgendwie so ne Wand hier rausreißen? Hier so diese 3x3 Block? Ne, ich hab der Stein. Ne, ich hab leider nix im Inventar. Einfach nur die Wand rausreißen. 3x3 irgendwie. Gucken wie das mit dem Limestone aussieht. Weißt du? Passt genau. 98. Hm. Das ist nice. Da noch ne coole Lampe hin. Dann wird das glaube ich richtig weiß. Ja, ich glaube das sieht echt besser aus. Obwohl es sehr steril ist, ne? Ja, hängen wir noch ein Bild auf. Was sagt ihr denn? Schreibt doch mal in die Kommentare. Wir können ja da mal abwarten noch ein bisschen. Aber wir gucken einfach wie wir das machen. Wir sind so harte G's, wisst ihr? Weißt du? Der fällt da runter. Komm jetzt mal nach oben. Da ist echt... Also ich weiß nicht, ob ich das geiler finde. Du? Ich bin mir nicht sicher. Das mit der Wand müssen wir austesten. Aber da haben wir zumindest ne Abwechslung zur anderen Wand. Lassen wir die mal da hängen. Hier oben wird der Jäger. Kann man ja auch ein Holzzimmer machen. Guck mal hier. Hier die Terrasse ist doch auch nice mit dem Strahl einfach da durchlassen. Das ist auch geil. Guck mal, es wird ne richtig coole Behausung, Alter. Wir bauen hier richtig geilen Scheiß. Hier ist eine fette Glaskuppel. Boah, das ist aber geil hier oben. Das find ich wieder geil. Das ist mega. Mach mal das Ultraschlaß. Guck mal Glas? Nee, Glas hab ich leider nicht am Start. Wir können das auch ein bisschen verbreiten sogar. Hier müssen wir noch Glas bauen. Hier fehlt auch noch ein Block. Mir hast du nix gegeben leider. Muss unbedingt fehlen. Ich glaub hier würde ich fast ringsrum schon Glas machen. Auch geil, ja. Und dann halt immer so, hier so die Ecken würde ich vielleicht noch ein bisschen Stein lassen. Dann den Rest die Wände aus Glas oder so. Du musst echt mit Springen arbeiten, wenn du von der Etage weg willst. Ja, ja, das ist aber tricky. Ja, das ist auch. Weil ich spring immer in das Loch, was man braucht um zu klettern. Boah, also diese unendlich viele Bones und so. Egal, ich geh mal nach oben. Womit kann man ein Glas machen nochmal? Äh, mit Sand. Ich hab gar keinen Sand. Das kann doch nicht sein. Warte, ich mach mal folgendes. Ich hab nur Sandstone. Ich hab Sandstone auch. Sandstone, lieber Sandstone. Sollen wir den mal ausprobieren? Ah. Den tu ich mal in die Kiste auch hier. Oh Gott, die ist ja voll. Aber hier ist auch Sandstone drin. Dann kann ich ja den da lassen. Wir brauchen ne neue Kiste, Alter. Ich brauch mal eine. Super. Und ich brauch auch bald ein neues Steinschwert, wie ich grad sehe. So, ich hab mir neuen Handschuhe ausgerüstet. Und geh nochmal ganz kurz nach unten. Ne, wo war denn die Kiste, Alter? Wir haben nur die zwei. Ach, da ist die. Ich hab die nicht gesehen. Ah, uns fehlt Bienenwachs. Hast du welchen? Äh, hab ich eigentlich in die Kiste gepackt? Okay, dann guck ich mal gerade. Ja, tatsächlich. Perfekt. Sehr gut. Da! Ich mach einmal Melted Wax in der Forge. Wo ist denn? Dann können wir uns nämlich mal ne Steinkiste bauen. Da passt wahrscheinlich mehr rein. Wo sind denn diese Extractor? Muss man jedes Mal ein Extractor bauen, wenn man Obsidian abbauen will? Das ist doch mega ätzend. Boah, das ist ja kacke. Ich mach noch ein bisschen mehr. Ja, collecte das mal. So, und jetzt können wir ne Steintruhe bauen. Geil, Alter. Mist, ich hab keinen Extractor. Steintruhen sind die größer? Ich hoffe. Ich werd's sehen. Cool, wenn du ne Steintruhe gebaut hast, kannst du direkt wieder mehr Sachen. Dann hab ich wieder neue Inventarsachen für uns. Stonefence. Geil. Alter, Stoneleather. Ja, gibt's auch. Stoneleather kann ich auch bauen. Ich glaub wir können das alle bauen, bis wir uns beide erspielen. Nee, 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 leider nicht. Also du kannst Sachen bauen, die kann ich nicht bauen zum Beispiel. Ich glaub, da muss man immer irgendwas freispielen, damit's geht. Oh. Die Geisterpilze weiß noch gar nicht, wie man... Ach, wahrscheinlich mit dem nächsten Grund schon. Das kann sein. Das ist schon ganz cool. Okay, die Sachen sind jetzt auch frei hier. So, dann können wir nämlich jetzt mal hier hingehen und sagen... Da ist schon wieder was freigeschaltet worden. Da gibt's immer so Geräusche, ne? Genau. Pling! StoneBoulderWall. StoneBlockWall. StackedStoneWall können wir schon... Und StoneFloor. Nice. Alles mit MeltedWax. Du musst mal MeltedWax machen. Okay. Ich glaub ich hab sogar noch welchen. Aber ich glaub den macht man... Den machst du glaub ich in einer Schmiede mit Honig. Ja, genau. Okay, dann setz ich jetzt mal gerade die Stone... Ah, die Treppen brauchen wir... Die Leitern brauchen wir jetzt ja erstmal nicht mehr. Die tu ich auch mal in die Kiste. Brauchen wir so akut nicht. Okay, die StoneKiste tu ich auf die andere Seite in die Ecke, okay? So. Okay. Ich guck mal, ob die mehr Slots hat. Ja, die hat vier mehr Slots. Okay, ist super. Kann ich das jetzt erstmal da rein... Super, das ist ja geil. Die Erde brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, ich hab auch noch Stacked Stonewall, ne? Und noch ein bisschen Pfad hab ich auch. Okay, ich hab von diesem Limestone hab ich noch einiges. Ach, ich hab auch ein Woodgate. Das können wir auch noch benutzen. Dann machen wir da vielleicht noch was. Zur Treppe da irgendwie, ne? Zur Treppe hin irgendwo. Ja, ne? Ist das gar nicht so eine schlechte Idee. Warte mal, den Storage des Korallenzeugs tu ich auch mal... Warte mal. Das check ich mal grad im Prozessor. Gar nichts kann man mit dem Korallenzeug machen im Prozessor. Man kann leider dann übrigens auch hoch rennen. Hui! Ja, gut zu wissen. Guten Tag. So, wo ist denn die Steintruhe, die schöne? Ach da. Cool sieht die aus. Nice. Ja, mehr brauchen wir gar nicht hier gerade. Also, irgendwie haben wir jetzt doch... Ich werd mal grad ein bisschen Zeug... Lager doch mal ein bisschen Zeug, wenn wir jetzt gleich auf Entdeckungsreise in der nächsten Folge kommen. Dass wir hier nicht so viel Inventarkram haben, weißt du? Ja, ja, ja. Huch, ich hab das rausgenommen. Den wir auch verlieren konnten vor allem. So, 19,90. Äh, da haben wir noch das Bettchen, da haben wir noch 60 Leitern. Ach du Scheiße. Ich könnte eigentlich direkt noch eine bauen, ey. Wir brauchen hier so viele Kisten. Ja, schön, wenn man hier auch so ein Schild machen könnte wie in Minecraft. Was man da mal beschriften kann. Huch! Ui, Stone Table, kann ich jetzt auch machen. Ja, ich hab immer noch viel Zeugs. Also, eigentlich können wir noch eine Kiste bauen. Und Stone Chair. Warte mal. Ich hab grad keine Steine... Hast du Stone Slaps? Warte mal. Sollten wir da fast eben machen im Prozessor, ne? Ah doch, ich hatte Stone hier reingelagert. Ganz viel sogar. Sollten wir da machen. Aber ich hab schon wieder neue Rezepte. Lime Stone, Alter, Lime Stone Roof sieht da geil aus. Oder straight. Lime Stone Column. Ich kann jetzt Säulen machen. Oh, wie geil. Was brauchst du so dafür? Kann ich schon machen. Hab schon alles. Nee, aber du hast ja ein Item, was du nimmst. Also, Lime Stone... Lime Stone brauchst du. Du musst mit Lime Stone arbeiten. Ich kann dir welchen in die Kiste legen. Ah gut, dann gib mir doch mal einen Block. Genau, dann kann ich das nämlich auch mal weg. Pack den gerade mal hier in die Kiste. Soll ich auf jeden Fall so machen. Dann können wir uns nämlich die Rezepte gegenseitig freispielen. Lime Stone musst du rausnehmen aus der linken Kiste. Okay. Und das sieht echt geil aus, weil du kannst ein weißes Dach machen und diese weißen... Ja, den hab ich auch schon mal gesehen. Diese weißen Säulen. Die würde ich hier tatsächlich statt dem Holz einfach mal probieren. Ah ja tatsächlich, zack. Sagt da direkt, ist was freigeschaltet. Okay, ja krass. Okay. Da sind die. Ja, die sind natürlich so richtig römisch, ne? Ja, genau. Hab ich überlegt, auch mal vielleicht... Okay, ich baller den wieder da rein. Ja, ich baller den wieder in die Kiste. Oder soll ich den da... Ach, das hab ich... genau, genau. Wär ganz gut, weil ich wurde da damit ausprobieren. Hier, hau rein. So, oder pack' ich... So, oder pack' ich... Bedrock pack' ich da mal rein. Okay, dann mach' ich hier den Zaun tatsächlich, aber das ist so... Unsinn, nicht symmetrisch genug eigentlich. Wow, acht Stück auf einmal, geil. Okay, ich muss was machen, Erik. Ich muss hier was abbauen. Okay, ja... Ich mach' das jetzt doch symmetrisch hinter den Dings. Was? Ja. Aber wieso? Ach so, hier krieg' ich auch was neues freigeschaltet, wenn ich die Laterne hab. Wirst du gleich sehen. Okay, dann warte ich so lange mit den... Okay, hier schaltet der auch noch was frei. Weil man muss echt mit jedem neuen Item irgendwie zu den ganzen Geräten gehen. Am besten einmal, um alles frei zu schalten. Ist wirklich wichtig eigentlich. Ja, das kann sein. Dann hast du die ganzen Rezepte. Mit der Zeil zusammen. So, jetzt mach' ich den Baum um hier hin. Dann ist der Abstand gleich. Zumindest von dem Platz hier. Weißt du? Warte mal. Ach, Inventar ist voll. Beutiges Inventar. Ja. Äh, was weiß ich denn? Wie hier sind das hier? Wie viele Stämme? Zwei. Und die...Laterne drauf. Ne? Warte, 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 warte... Nee, es waren drei. Okay, einer zu wenig. So. Oh, na das sieht doch noch besser aus jetzt. Nice! Unsere Essecke ein bisschen aufgewertet. Mal guck ich mir jetzt mal an. Guck mal, so sieht das auch besser aus. Dann ist es nämlich synchron jetzt. Oh, mit dem Weg. Wir hängen hier die ganze Zeit nur bei unserer Bude rum. Ah, warte, warte, pass mal auf. Wir machen nächste Folge, gehen wir los, Freunde. Auf jeden. Versprochen. Entschuldigung, dass ich grad hier... Ah, nein, 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 lass das mal, ich bin doch gar nicht fertig. Warte mal. Ah, willst du deine Limestone-Säule machen? Na gut. Dann wirkt der Zaun wahrscheinlich schon fast Billow, den ich da drum machen will. Alter. Voll römisch. Ja, ist geil. So, wir brauchen noch... Wir müssen uns auf jeden Fall im Keller noch einen Pool machen mit den Steinen. Ja, definitiv. Alter. Mit so einem Zeus-Gesicht auf dem Boden. Ja, genau, geil. Wir brauchen noch eine gestreifte... Die Zäune kommen jetzt fast Billow, oder? Nee, kommt gut. Sieht gut aus. Ja? Obwohl, das geht echt, ja. Steinzäune kann man nochmals auch machen, ne? Ja, die können wir nachher bauen. Warte mal, ich wollte jetzt mal das Woodgate hier probieren, weißt du? Ja, ja, ja. Weiß nicht, ob's cool ist. Wenn's doof ist, sagt Bescheid. Ähm. Oh, Spiral-Limestone-Column gibt's da. Das geht aber, das geht. Auf jeden Fall. Guck mal. Downstairs. Ich fühl das voll gut. Kommt in so einen Vorgarten noch nicht jeder Spongo rein, einfach so. So, und jetzt können wir hier so Blumenbeete machen und sowas alles. Genau, genau, genau. Voll nice, Alter. Einen kleinen Teich. Ob die Saplings überhaupt mal irgendwann wachsen? Alter, das sieht super aus, ja. Voll gut, die neue S-Ecke. Ne? Find ich auch. Ach, wie geil denn denn. Ah, geil, warte mal. Komm mal, guck mal aus dem Blickwinkel. Guck mal, das sieht doch aus, als hätte... Da wär dein Hexenhut an. Ein Hut, was? Guck mal aus dem Blickwinkel. Siehst du den Hexenhut auf der Fackel? Man muss ein bisschen Fantasie haben. Aber weißt du, was ich da meine? Überhaupt... Ach, da! Die Zipfelmütze meinte. Ich dachte ganz kurz, hör, wie sind die Halloween-Dinger da? Und dann... War ich grad kurz irritiert, was meint der Mann? Ja, sind viele öfter bei mir, leider. So, ich pack hier mal ein bisschen was rein. Ich glaub, wir bereiten uns jetzt noch schnell, weil wir müssen eigentlich schon längst wieder eine paar Folgen... Alter, bin ich da voll runtergeklatscht. Oha. Aber richtig übel. Oh, jetzt ist aber auch nicht mehr so viel Platz. Sag mal, wovon haben wir denn? Das Beatenwachs nehm ich mal mit. Das brauch ich echt nicht. Auch dringend noch ein paar... Scheiße. Äh, ich brauch dringend noch ein paar Stone Slaps, wie's aussieht. Ja, Stone Slaps. Was können wir uns denn an Rüstung machen eigentlich? Du musst Rüstung machen, Alter. Du hast gar nichts mehr. Ja, ja, stimmt. Da muss ich mal updaten. So, ich mach mal ganz kurz Stone Slaps in dem linken Ding. Die anderen sind auch viel zu teuer. Zwei Obsidian für'n blöden Helm. Wie sieht denn meine Rüstung aus? Ah, ist nicht ganz fit, aber eine, eine Tour reicht's. So, ich hab tatsächlich zwölf Obsidian. Ach, geil! 14, 14 glaub ich sogar. Boah, die brauchen ja ewig, bis die eingeschmolzen sind. Ja, leider. Und bis die abgebaut sind, brauchen die auch ewig. Aber dann können wir daraus wahrscheinlich viele machen. So, dass wir dann seine Rüstung machen können. Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Steht das da schon? Ah! Ich lass immer zu Ende brutzeln. Und den Rockstar Rock, den ich in die Truhe gelegt hab, den braucht man dafür auch. Hm? Für Rüstung? Hier. Pass auf. Hier hab ich einen Rockstar Rock. Nimm dir da mal einen raus. Warte, ich leg mal den kurz rein. Ich hab einen Rockstar Rock. Ach, Bad Rock meinste? Ne, Rockstar Rock. Warte, zeig ich dir jetzt gleich. Ah, Alter. Ach, die Dinger. Davon hab ich auch zwei. Ah, super. Dann brauchst du gar keinen von mir. Die hab ich irgendwie von Monstern abgenommen oder so. Genau, genau. Von den dickeren. Diese Rockstar Rock brauchen wir. Guck mal, guck's dir mal an, grad in der... Äh, warte, warte, warte. Oh, ja? Nein. Das denken wir aber so locker weg mittlerweile, oder? Ja, das denk ich aber auch. Obwohl, wenn da viele kommen und du nicht drauf gewartet bist, dann kann das schon schnell schief gehen, wenn du keine Rüstung hast. Du musst immer, immer ein bisschen rückwärts gehen und zur Seite ausweichen, dann ist das ganz easy eigentlich. Bau dir mal die Standardrüstung. Ja, warte mal. Probier jetzt mal in der, in der Crafting... Ah, du musst mir mal ein Stück davon geben, dann kann ich nämlich auch neue Skills. Ja, warte, warte, warte. Ich hau hier grad noch vier Obsidian durch. Und daraus kann man obs... Braucht man Obsidian oder Obsidian Bars? Das ist die Frage. Nee, ich nehm die mir mal ganz kurz, um die neuen Skills dafür zu lernen, weißt du? Okay. Ach, Obsidian... Obsidian ohne Bars? Vorsicht, von hinten kommt jetzt, glaub ich, wieder was. Ich hör da grad was. Ich mach einfach mal die Tür zu. So. Ob das immer hilft, weiß ich auch nicht. Hm. Hm. Ja, ansonsten... Kann ich den Setzling hier noch reinsetzen. Guck mal. Boah, die Kiste ist schon wieder voll, Alter. Ja, komische... Wir probieren hier reinzukommen. Der Massive Shirt, was man Default anhat. Ich nehm mal grade hier... Ah, siehst du, ich hab ein neues Skills bekommen. Ach, wie haben wir denn da? So, ich könnte jetzt... Warte mal... Ah, das geht schon so, Alter. Guck mal. Du brauchst nur zwei Obsidian. Ich mach mal grade mit einem Obsidian ne Brustplatte, ja? Ich hab schon eine. Hihihi. Okay, dann mach ich die auch mal ganz kurz. Ich hab mir schon heimlich eine gebaut. Ähm... Ich hab mir das Obsidian jetzt eiskalt gestohlen, was da drin war. Das ist völlig in Ordnung. Darf ich kurz ran? Musst du da... musst du da ran? Ja, geh ruhig. Geh ruhig, hm. Boah, nämlich einerseits noch ein Steinschwert, oder? 7,5,3... Oh, Rockstar Rock. Boah, die Rockstar Rocks sind echt sichtig. Scheiße, davon hab ich gar keinen mehr. Ich glaub... Die hab ich jetzt... Ne, kann ich gar nicht mehr bauen. Fehlt Rockstar Rock. Wieso... Wieso kriegt man nur so wenig davon? Wir müssen uns mal auf die Suche machen, dass wir die finden, weil davon brauchen wir echt für die guten Sachen. Wir müssen mal hinterfriesige Tiere... Ach, scheiße, wir hätten uns auch das... Ich hätte mir das Schwert machen sollen, ich Vogel. Boah, und ich baue den blauen, den blöden... Pfff... Die Rüstung... Statt das Schwert. Ich depp. Du auch. Na gut, eine Rüstung brauchen wir natürlich auch. Ja, ja, aber ist egal. Ja, aber das Schwert wäre viel geiler gewesen. Das stimmt, aber egal. Komm, dann gehen wir weinend in die nächste Folge. Und dann ziehen wir los. Ja, warte, warte, ich bin noch nicht ganz fertig. Lass mir noch ganz kurz ein bisschen Zeit. Rockstar Rock haben wir natürlich gar nicht mehr. Alles braucht jetzt Rockstar Rock. Boah, Iron Breastplate. Geil. Alter, wir nehmen schon wieder 42 Minuten aus. Was? Ja. Hör doch auf, ey. Das ist nicht wahr. Alter. Geil. Geil. Okay, ich wollte noch eine Sache machen. Äh, scheiße, wo war denn das jetzt nochmal? Ah, die Lachriere brauchen wir auch nicht. Aber macht Spaß. Macht richtig Laune gerade. Es kommt zur richtigen Pfad. So, pass auf. Ich überrasche dich jetzt. Mit meiner weisen Voraussicht. Mit dem Obsidian-Schwert? Ne. Hast du noch ein Rockstar Rock rausgeholt? Craft jetzt lauter Extraktoren. Ah, sehr gut. Das ist eine gute Idee. Ich mach auch mal einen. Aber ich brauch dafür noch ganz viele, ganz viele Stone Slaps brauche ich dafür noch. Warte, ich mach mir hier noch mal einen gerade auch. Wir haben, du hast da noch einen in der Kiste. So viele brauchen wir jetzt noch nicht. Äh, glaub mir, wir werden so viele brauchen. Ja? Ja. Das Problem ist, da müssen wir unser Inventar noch leer sein. Da müssen wir eigentlich noch... Da müssen wir noch eine Truhe bauen. Ich pack die auf die Aktionsleiste. Auf Nummer 6 hab ich die gemacht. Ich hab jetzt 11 Stück davon. Aber ich glaube, wir werden mehr brauchen. Auf Dauer. Ja, wir brauchen trotzdem auch Truhen. Vor allem. Und das stimmt. Aber wenn wir halt... Ja, du brauchst grad Stone Slaps. Dann brauchst du grad Stone Slaps. Dann kann ich noch eine Truhe machen. Ja, ja, ja. Genau. Also ich bastel gerade Stone Slaps. Da bin ich grad am... Gürteln. Okay, dann mach ich das nochmal. Hab ich eigentlich noch Wood Slaps? Neun? Dann verwarte ich mal grad die Stone Slaps, die ich hab noch zu Stone Wads. Okay, ich glaub ich muss eben noch Wood Slaps machen dann. Alter Schwede. Ich würde gern... Ich würde gern Blümchen mitnehmen und die einsetzen. Ich hab bei den Saplings Angst, dass die irgendwie wirklich mal zu Bäumen wachsen. Aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ja, kann ich dir leider auch nicht sagen. Nanana. Ich... Tak. Die Hexe ist tot. Mann, mich ärgert es, dass ich das Obsidian-Schwert nicht gebaut hab. Ich depp. Oh. Red Lamp, Yellow Lamp. Wir könnten sogar ein Rotlichtmilieu machen. Ja. Ja, stimmt. Aber würde ich in den Keller machen, damit die Polizei das nicht hinkriegt. Man nennt ihn auch Fritzl LP. Wenn wir hier unsere... Wir sammeln einfach mal Schweine an, ziehen den Rock an und sagen, hier, die haben wir importiert. Ey, ich mach einfach mal einen Obsidian-Slap aus dem einen Stück Obsidian. Mal gucken, was passiert. Boah, wie lange brauchen das Obsidian, bis das verarbeitet, Alter? Ist ja völlig übertrieben, denn das ist ja von... Mh. Sooo... 30 Sekunden ist schon ein Wort. Ah, Mist. Ich brauch Wood-Slaps, okay. Wood ist auf jeden Fall noch ein Neutron. Ja, Wood hab ich... Ich hab Wood ja eh dabei. Das geht schon. Sooo... Lalalala, ich will nur genug Kollektoren mitnehmen. Damit wir... Damit wir... Tatsächlich hab ich unten noch ein Obsidian-Ding stehen lassen, weil mir zwei Kollektoren weggeraucht sind. Oder Extraktoren heißen die ja, glaub ich, nicht Kollektoren. Ich klau dir mal ein Wood-Ding. Hast du noch eine Ding-Bar? Was denn? Noch eine, äh... Stone-Bars hast du jetzt ganz viele gemacht extra, oder? Was willst du denn machen? Willst du ja auch Kollektoren bauen? Ja klar, das ist doch sinnvoll. Achso, ich kann die doch in die Kiste legen, Alter. Wir können die doch teilen. Ne, aber dann können wir direkt abproduzieren. Ah, ich mach jetzt grad ein Obsidian-Rod, aber ich guck ganz kurz erstmal. Weil du kriegst auch neue Sachen freigeschaltet. Aha. Hier, ich hab dir mal sieben reingepackt. Obsidian-Brick-Wall gibt's auch. Ah, guck mal ganz kurz... Guck mal ganz kurz in die linke Kiste. Ich hab dir sieben Stück reingelegt. Jo. Danke dir. Du solltest dir einmal diesen Obsidian-Slap nehmen. Warte, ich baue mal zwei Rods, dann hast du's bestimmt auch freigeschaltet. Ich tu dir gleich mal einen Obsidian-Rod da rein. Mal gucken, was passiert. Ah, perfekt, Alter. Danke. Sehr gerne. Okay. Fuck. Dafür lass ich hier... Was lass ich denn hier? Einen Obsidian-Rod wolltest du mir grad mal kurz geben. Ja, der ist in Produktion. Moment. Achso. Einen kann ich in 37 Sekunden... Alter, dauert das eine Minute für einen Obsidian-Rod. Ja, 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 das ist... Du musst einmal noch eine Obsidian-Plate machen. Das hab ich jetzt verbuzzelt. Nimm dir mal den zweiten, der gleich da kommt, hier raus aus dem... Okay, warte. Aus dem Dings hier. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Das ist ein Obsidian-Rod, aber was der macht, weiß ich nicht genau. Ich krieg keine neuen Rezepte freigeschaltet, glaub ich. Wüsste ich zumindest nicht. Also der hat bei mir grad einmal gebling gemacht. Mach mal ne Obsidian-Plate aus einem Rot. Ich krieg die ganze Zeit neue Sachen ständig irgendwie. Wie ne Plate aus einem Rot? Was, was, was? Mach mal so ne Obsidian-Slate, oder wie das heißt da. Dieses, diese Platte. Sorry, spät. Asphalt, wo siehst du denn die? Die kannst du im, ähm, im, hier, im so'n Prozessor machen. Die Obsidian. Wenn du die aus Obsidian diesen, ja, diesen Block umwandelst einmal. Ach, in einen Obsidian Slap meinste? Genau, einen Slap. Ah, ach so. Sorry, ich kann mich auf den Namen, weil's wie so ne Platte aussieht. Ah, okay. Dauert ja nur 30 Sekunden. Ja, deswegen meinte ich doch auch eben. Boah, das dauert voll ewig. Das hätte man alles im Off machen können, aber egal. Ist doch ganz schön windig geworden, ne, draußen. Merkste? Ja, das ist gemütlich hier drin, ne? Mittlerweile. Ja, find ich auch. Was noch fehlt, ist ein Ofen mit Feuer. Ja, den kriegen wir aber auch irgendwie bestimmt. Am besten Feuer, das nicht uns... Bevor wir losziehen, eigentlich müssen wir hier dicht machen wieder, Alter. Ah, ich baue mal weiter eben. Ich mach das jetzt einmal kurz zu. Naja, weißt du, soviel dazu machen wir Folgenende. Ich baue das jetzt einmal nur zu, dass wir in der nächsten Folge dann auch wirklich losziehen können. Öh, freeze. Was denn? Nein! Boah! Ich wäre beinah runtergefallen. Alter Schwede, wie krass war das denn? Es ist nicht so gut, runterfallen ist nicht gut. Alter Schwede, ich habe gerade richtig einen Herzinfarkt bekommen kurz. Weil da ging es richtig komplett runter. Das wäre jetzt super ungeil. Aber typisch. Ich mach das jetzt mal gerade provisorisch ein bisschen zu, weil sonst kommen hier nachher Viecher rein, weißt du? Okay. Ich eile hier die ganze Zeit rum und baue mir die ganze Zeit nur diese Extraktoren. Ja, weil die Sonne geht unter. Ja, komm, das ist eine überlange Folge, ey. Da können wir auch mal Extraktoren bauen. Das gehört halt auch zum Spiel. Ach, da oben bist du. So. Obwohl das ist blöd, was ich mache. Die Öle brauchen wir. Baue ich ja nicht zu. Und ich höre die ganze Zeit diesen Mega-Wind, aber man sieht einfach gar nichts davon. Das ist schade. Oh! Oh! Da oben steht gerade eine Kiste. Ja, weh in der Büsche wäre nicht schlecht, ne? Oh! Alter! Diese Leiter hier ist doch irgendwann mein Tod. Ich schwöre, irgendwann säge ich da mal in die Tiefe. Ich bin hier noch nicht einmal runter gegangen, ne? Bis her. Brauchst dich nicht, ne? Ne, ich habe voll Angst. Ich weiß, sie ist schon kommen, ey. Ich habe noch mal ganz kurz den Extraktor ins Obsidian angebracht, unten. Mh? Ey, schon wieder eine Chip. So ein Old-Data-Chip habe ich jetzt zwei Stück schon. Ja, wer weiß, was wir damit noch machen können. Das würde mich auch mal interessieren, tatsächlich. Oh, ich glaube, ich sehe eine Höhle, wo wir rein können. Die Frage ist nur, ob wir auch wieder rauskommen. Da bin ich nur nüsse sicher. Ja, das Ding ist halt, ich will jetzt hier erstmal dicht machen, weil sonst stehen gleich die Viecher wieder in unserer Hütte. Ach, die stehen auch eh in unserer Hütte. Ne, aber das ist ja richtig übel, wenn das komplette Dach offen ist. Regt ins rein. Kann man doch nicht lachen. Nicht lachen vor allem. Alter, ich bin auch schon durch den Wind. War ich eigentlich schon seit Beginn der Aufnahme. Ist immer noch die Session übrigens. Es ist momentan übrigens 4.41 Uhr. Wir wollten mal kurz was aufnehmen. Ihr wisst ja, wie lange die Folgen waren. Aber macht Spaß. Und ich glaube, weißt du was, die Dings-Folge ziehen wir auch noch durch, oder? Wie was denn? In die Wildnis. Was Folge ziehen wir noch durch? Die Wildnis-Folge, die machen wir auch noch in der Session, oder? Okay. Also ich brauche noch 4 Minuten gerade, weil dann das Obsidian... Wir können aber auch ganz kurz die Folge beenden. Und dann in der nächsten Folge ernte ich einfach Obsidian. Das geht natürlich auch. Ja, mir ist egal. Ich baue jetzt eh noch das Dach. Wir sind ja ehrsüchtig. Jetzt kann ich mir auch das Dach noch zu Ende bauen lassen. Gut. Du brauchst noch das Dach zu Ende. Dann bin ich auch den Stein los. Und wir haben hier wenigstens Schutz. Genau, so sieht's aus. Achso. Ich geh mal ganz kurz gucken, solange da unten das Obsidian köchelt. Juhu! Alter, das ist total geil, die Treppe hochzulaufen und über den Zaun zu springen. Als würde man erfreut sein, nach Hause zu kommen. Ja, das ist jetzt auch echt cool. Ey, wir haben beide noch mal kurz zur Sicherheit. Beide Teleporter sind safe in dieser Hütte, ne? Falls irgendeiner sich versetzt. Ja. Okay, super. Limestone. Badrock. Weil das wäre so ätzend, wenn wir den verpassen würden. Ich würde kotzen, Alter, ohne Scheiß. Badrock. Ich glaube, wir machen sogar noch eine Etage. So wird man so schnell größen, wahnsinnig. Aber jetzt können wir theoretisch da noch voll den Glaspalast sogar drauf bauen. Junge, bist du wahnsinnig. Die Frage ist halt, ob man das braucht. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Ne, weil wir haben eh voll viel Platz. Oh krass, ich habe keinen Stein mehr. Ich habe einen neuen Stein verbraten. Weißt du, ich bin jetzt ganz gewieft und ich probiere jetzt mal eine Obsidian Mining Cell für den Handschuh zu bauen. Ah, da kommt doch auch kein Vieh hoch mehr hier, oder? Nein! Wie soll das denn gehen? Ich brauche dafür noch ein Obsidian mehr. Oh, fuck. Mies. Oh, die sind voll überteuert, die Dinger. Hierfür... Oh, sechs. Ah, Teleporter. Mann, ich würde so gerne so einen Teleporter bauen. Das kostet alles Obsidian. Und das dauert immer so lange mit dem Obsidian. Boah, die Obsidian, das dauert echt ewig. Das kann ich jetzt immer noch nicht... Obsidian ist überhaupt nicht so von Minecraft und alles wieder, ne? Das muss man halt schon mal sagen. Man hätte sich hier vielleicht so ein paar andere Ressourcen ausdenken können. Naja, vor allem Bedrock und so. Aber ganz ehrlich, was... Was willst du denn da noch anderes machen? Oh, die Leiter! Naja, du kannst ja schon was schönen. Du kannst ja Marmor machen, oder sowas. Granit. Und keine Ahnung. Obwohl, das heißt ja auch fast alles bei Minecraft mittlerweile. Jaja, die haben ja nachgelegt. Da gibt's jetzt auch irgendwelche komischen Mineraliensteine und bla. Komisch ist das da. Ganz komisch. Glowing Mushroom. Ich weiß nicht, ob man den einfach mit dem nächsten Handschuh abziehen kann. Hört's gerne mal drauf anlegen. Was brauchen wir denn für den nächsten Handschuh? Brauchen wir den für Obsidian? Genau, aber sehr viel. Das Problem ist... Was ist hier passiert? Was denn? Ich hab irgendwas getroffen. Das hat eine Wasserwelle ausgelöst. Ich hab das Eis geschmolzen. Wie cool. Guck mal bitte aus unserem Fenster. Ich bin leider grad unten. Alter, ich hab einen kompletten Wasserfall ausgelöst, weil ich das Eis geschmolzen hab. Wie geil ist das denn? Ich seh's leider nicht. Ich seh dich grad nur da rumlaufen, da oben. Das ist ja mal der Hammer. Ich hab einen kompletten Fluss ausgelöst. Quasi eine Quelle von unserem Dach aus. Nein! Boah, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ah, du bist unten angekommen. Wir brauchen keine Leiter mehr. Der Sarraza hat grad den Wasserfall erfunden. Boah. Manchmal leckt's so und dann bist du auf einmal zwei Schritte weiter. Alter Schwede. Bist du runtergefallen einfach, oder was? Ja, runtergefallen. Aber zum Glück einmal aufgetitscht, weil ich mich irgendwo noch drauf gelenkt hab. Unglaublich. Und jetzt klettert er ganz fleißig wieder die Treppe hoch. Ich seh's gerade. Boah, boah, Alter. Was ist denn aus dem Baum geworden? Auf einmal. Huch, ist das der neue? Oh, ja. Der Riesenbaum, wo ich grad eben gedacht hab. Ja. Oh, das ist auch ein schöner Baum. Boah, das ist mega geil hier gerade. Das ist der Sapling, ne? Ja, das ist voll schön. Geil. Ja, wenn der andere noch auf geht, dann haben wir einen Dschungel da oben. Alter, das ist super schön hier unsere Behausung. Ey, ich weine. Warte. Guck mal jetzt hier mit Wasserfall von der Festerfront. Sekunde, Sekunde. Wie geil ist das? Sekunde, ganz kurz. Nicht wegbauen. Ich warte nur noch 15 Sekunden, muss ich noch warten. Was denn? Wo bist du? Ich muss hier noch ganz kurz auf... Ich bin unten in der Mine. Ah, du musst unbedingt noch zurückkommen. Ja, ja, ich mach ja grad Obsidianen. Den Wasserfall muss ich ja mal angucken, das ist echt ein Hammer. So, da, da, da. Da ist mal wieder Lebensenergie für den nächsten Sturz. So. Und ich hab Obsidianen in der Tasche, sehr gut. Ich bin auch einer, quasi so ein bisschen, weißt du, wie die Indianer, die in New York die, die ganzen Wolkenkratzer gebaut haben. Boah, ist cool jetzt mit dem, mit dem Baum, mit dem neuen gefällt mir gut. Alter, das ist mega. Ist nicht nur cool, das ist ultra. Schön. Schön. Alter, die Hütte. So, ah, der... Ach, das ist also der Wasser... Wie geil. Sagen wir mal so ein Wasserfall vom Fenster. Schön. Ist auch schön. Ja, das ist mal was, ne. Vor allem einfach so völlig unbewusst. Sag mal. Soll ich jetzt Meeresrauschen, weil da draußen ein Wasserfall vom Fenster ist? Ich hör auch Meeresrauschen. Aber das kann auch der Wind sein. Ich glaub, die waren einfach bei dem Meer und haben den Wind genommen. Oder so. Das macht Lücken. Ja. Wie geil das bitte mit dem Wasserfall ist. Das lass ich genau so. Irgendwie cool. Ja, Alter, das ist ein Zufall. Geil. Auf das Dach kommt man nur mit einem bestimmten Trick. Jetzt hier wollen wir auf jeden Fall noch Lampen reinmachen. Ich habe mir soeben einen Obsidian-Handschuh gemacht. Oh, geil. Boah. Warum hast du nicht das Schwert gemacht? Weil dir Bad-Dings-Rock fehlt, ne? Genau. Äh, ne. Eigentlich Obsidian hätte ich. Aber... Dieser komische Rettrock da. Ja. Ja, ja. Okay. Die Microchips kann man nicht stacken. Das ist ja blöd. Alter, das ist so geil. Wir haben den Wasserfall an jeder Etage vorbei. Nice. Also, es ist immer was. Es ist immer was. Wer hat schon einen Wasserfall vor der Haustür? Äh, Notch. Sieht ultra gut aus. Echt? Tatsächlich? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich mal Künstliche. Wird mich nicht wundern. Er hat auch das völlig übertriebene Haus in Beverly Hills. Das 70 Millionen Dollar Haus. Okay, mal einen Kaffee mit Notch. Ja, der wird sich bedanken. So, hey. Ach, der kennt dich bestimmt. Ja, wahrscheinlich aber nicht so gut, dass ich den immer mal besuchen gehe. Na klar, der Notch ist ein bisschen voll nett. Hey Notch, hol mal aus! Der ist voll behindert für den. Ja, aber alle Minecraft-Spieler haben das... Ich finde, alle Minecraft-Spieler haben sich das Recht verdient, den zu besuchen, weil sie sein Spiel gekauft haben. Absolut, das ist 20 Euro Eintritt, Alter. Geht alle hin. Boah, ich wende jetzt die Folge auf dem Dach hier, komm. Sonst kommen wir hier nie los, Alter. Wir sind schon wieder eine Stunde am Aufnehmen. Ne, nix, warte. Ja, ich hab nur Inventar umsortiert. Ja, ne, ne. So auf dem Dach sagst du. Da kommen wir nur mit dem Trick hin. Ja, komm aufs Dach. Ja, das ist deine Challenging zu finden. Bist du da rumgelitscht? Doch gar nicht. Komm ich jetzt überhaupt wieder hier weg? Na? Wie der da schleicht. Kleiner Gregor, hm? Juhu! So. Guck mal, da ist unser Wasserfall. Guck mal, das ist ein schöner Wasserfall. Dann können wir nachher voll die Terrasse, dann können wir die reinmachen in unser Glaspalast, hier die Glaskuppel. Boah! Hier muss man auch dringend frühstücken. Und den Wasserfall da drinnen lassen, Alter. Was ist das für eine geile Hütte? Boah, geil wär's noch, wenn's hier... Guck mal, da oben ist das Eis. Guck mal, da oben ist das Eis. Einer hier im Bett neben Wasserfall und einer hier im Bett neben Wasserfall. Würts vor allen Dingen feiern, wenn nicht einfach schon Schnee liegen würde. Aber leider, naja, aber ist egal. Trotzdem sehr geil. Wir sind an der Schnee Grenze. Wir können Schnee hier hinlegen. Hier vorne ist ja Schnee theoretisch. Ich kann auch noch mehr Wasserfall machen. Nee, nee, nee. Ah nee, den hab ich tatsächlich genommen, warte mal. Hast du das Wasser genommen? Einen Schnee links da, nur einen, bitte. Hatte ich schon, hatte ich schon. Ah super, da hast du auch was Neues freigeschaltet. Okay, komm, wir verabschieden uns hier. Ist doch ein wunderschöner Blick. Ja, aber das wird einfach auch viel zu lang nie folgen. Wir müssen das noch gucken. Ja, aber wirklich, ey. Alter Schwede. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Tschüss. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen und tschau.